Also herzlich willkommen zu meinem Vortrag über Artenvielfalt auf dem Balkon und ganz herzlichen Dank an Green City für die Einladung. Ich freue mich sehr, dass ich heute Abend hier als Praktikerin und Gast sein darf. Und ich möchte Ihnen heute Abend Tipps geben, wie Sie Ihren Balkon in ein kleines Insektenparadies verwandeln können, indem Sie mit Wildpflanzen in Töpfen und Blumenkästen auf Ihrem Balkon gärtnern. Und bevor wir starten, gibt es wieder eine kleine Stempelfolie und da übergebe ich jetzt wieder an die Karo. Genau, du darfst noch einmal weiterklicken. Ah ja. Genau, wir haben ja schon jetzt ein bisschen erfahren, wie erfahren ihr so seid. Aber jetzt dürft ihr gerne nochmal hier in eins der fünf Bilder oder auch in mehrere reinstempeln. Genau, nochmal bei Oben bei Optionen anzeigen, auf kommentieren und dann auf die Stempelfunktion, was dann bei euch so zutrifft. Also hier von, ich habe keine Balkonbegrünung, weil man einfach Platz braucht für Getränkekisten. Oder man findet wie unten links Plastikpflanzen ganz schön. Oder eben so das typische, der typische Balkon bei uns, eben mit Geranien geschmückt. Und rechts dann so ein bisschen schon in Richtung Wildpflanzen ein bisschen experimentiert. Oder rechts unten voller Experte und der ganze Balkon voll Wildpflanzen. Ah ja, das ist ja schon recht eindeutig, in welche Richtung es geht. Ich bin beeindruckt. Super. Also die Plastikpflanze findet irgendwie niemand so richtig schön. Ja cool, haben doch schon einige hier Erfahrung. Ah ja, okay. Gut, wird noch ein bisschen gestempelt. Aber ja, es schaut auf jeden Fall, die rechte Seite dominiert, eindeutig. Ich glaube, links ist kein einziger Stempel. Oder ich übersehe, ich glaube, es ist kein einziger Stempel links. Schön. Dann haben alle schon die meisten Erfahrung, oder? Ja, schaut so aus. Dann genau, weißt du jetzt, wer so zuhört. Und ich lösche mal die Stempel gerade wieder, dann kannst du weitermachen. Okay, dann hoffe ich, dass für alle trotzdem was dabei ist. Also ich habe jetzt vor allem auf Ein- und Umsteiger mich vorbereitet. Jetzt zeige ich mal als erstes, zeige ich euch meinen Balkon als Beispiel für eine insektenfreundliche Begrünung mitten in der Stadt. Und zwar sind es zwei Südbalkone in Lodgerform im fünften Stock und zwei im Arnulfpark. Also die gehören einfach zu meiner Mietwohnung, sind zwei normale Stadtbalkone. Und das ist ein Neubaugebiet in der Stadtmitte von München zwischen Hackerbrücke und Donnersberger Brücke. Und für die Nichtmünchner, falls noch mehr als die Lilly zuschauen, das ist in der Nähe vom Hauptbahnhof, wirklich mitten in der Stadt. So. Ich hatte vorher einen ganz normalen, konventionellen Zierpflanzenbalkon mit Bepflanzung aus dem Gartencenter. Umgestellt habe ich dann 2013 und zwar auf Wildpflanzen, auf insektenfreundliche Wildpflanzen. Und ich nutze circa von der Gesamtfläche von den beiden Balkonen, das sind zehn Quadratmeter, nutze ich ungefähr drei Quadratmeter als Pflanzfläche in Töpfen und in Kästen, wo eben Erde drin ist. Und in diesen drei Quadratmetern wachsen und blühen pro Saison circa 80 verschiedene Arten, Pflanzenarten, blühende Pflanzenarten. Und der größte Teil sind einheimische Pflanzen. Also ich würde sagen so 90 Prozent. Die Nicht-Einheimischen haben aber einen anderen ökologischen Nutzen auf dem Balkon. Mit diesen Pflanzen schaffe ich ein Blütenangebot mit Pollen und Nektar für Insekten von März bis Oktober etwa. Und damit eine möglichst große Vielfalt an Insekten die Blüten nutzen kann, verwende ich sehr viele unterschiedliche Pflanzenarten mit unterschiedlichen Blütenformen. Und ich persönlich habe so einen richtigen Mix auf dem Balkon aus Zwiebelpflanzen, aus einjährigen Ackerwildkräutern, die ich jedes Jahr neu aussäen muss. Dann aus Stauden. Also ich erkläre es jetzt nochmal, falls jemand zuhört, der noch nicht so viel Erfahrung hat, weil ich später auf die Stauden noch genauer eingehen werde. Die Stauden sind Pflanzen, die mehrere Jahre überdauern, da wo sie wachsen. Die oberirdischen Teile sterben dann ab nach der Vegetationsperiode. Manche sterben nicht ganz ab. Die haben auch sogenannte wintergrüne Teile, also ein bisschen Laub oben. Und im nächsten Jahr treiben sie, also so im März fängt es meistens an, treiben sie aus den Wurzeln wieder neues Laub aus und blühen dann später wieder. Und dann habe ich auch noch Gehölze. Aber da habe ich noch nicht so viel Erfahrung mit Gehölzen. Ich zeige jetzt mal schnell auf dem Foto ein paar Beispiele von den Pflanzen, die ich da genannt habe. Ich habe sommerblühende Zwiebelpflanzen. Das sieht man hier. Das ist ein Kugellauch, Alliums ferrocephalon. Der fängt jetzt an, bei mir schon Knospen zu machen. Der blüht so Ende Juni, Anfang Juli. Das ist eine Zwiebelpflanze. Die Pflanze, dann hier links, das sind einjährige Ackerwildkräuter, Kornblumen, Klatschmohn, Kamille und so weiter. Und an Stauden sieht man auf dem Foto zum Beispiel hier die Pflanze. Das ist eine zweijährige Staude, eine großblütige Königskerze. Dann habe ich hier, das ist eine meiner Lieblingsblumen, das ist die Ackerglockenblume. Und hier ist Muscatella salbei. Die ist nicht einheimisch, aber die schmeckt sehr gut der Holzbiene, die eben auch zugewandert ist aus dem Süden. Und mit der wollte ich die Holzbiene anlocken. Die ist aber nicht gekommen, obwohl die in der Nähe schon nachgewiesen ist. Ja, also vielleicht kommen sie noch. So, mit dieser Bepflanzung habe ich nachweislich rund 130 verschiedene Tierarten auf dem Balkon dokumentieren können. Und zwar habe ich sofort, nachdem ich umgestellt habe, angefangen, alle Balkonbesucher zu dokumentieren in Excel-Listen und mit Fotos. Und ich habe mir dann Wissenschaftler und Experten gesucht, die die Tiere, die ich fotografiert habe, bestimmt haben. Und zwar geht das nicht bei allen Tieren mit dem Foto, aber bei manchen. Und bei manchen kann man halt dann nur die Gattung bestimmen, aber nicht die Art. Aber da bin ich jetzt aktuell auf 130 dokumentierten Arten seit 2013. In dieser Liste sind Tiere dabei, die ich nur einmal zum Beispiel gesehen habe, aber auch Stammgäste, die jedes Jahr kommen oder täglich. Und auch nicht nur Blütenbesucher, sondern auch Tiere, die kommen, die Insekten fressen, die wegen den Blüten da sind. Und es sind vielleicht auch ein paar zufällige Besucher da. Zum Beispiel war mal eine Eintagspflege da, da wurde mir gesagt, die ist sicher nicht wegen der Bepflanzung auf den Balkon gekommen. Die ist halt zufällig da gelandet. Ich stelle jetzt kurz die Tiergruppen vor, die man auf dem Foto sieht, dass man mal so die Vielfalt sieht, womit man rechnen kann, wenn man seinen Balkon ganz vielfältig begrünt. Das ist keine wissenschaftlich-taxonomische Einteilung. Ich habe das mir so gemacht, dass es jeder irgendwie nachvollziehen kann. Also es gibt Hummeln. Ich habe fünf Hummelarten. Das ist eine Ackerhummel. Dann Hummeln gehören zu den Wildbienen. Und zwar, aber die habe ich jetzt hier getrennt aufgeführt. Dann habe ich 19 verschiedene Arten weiterer Wildbienen. Auf dem Bild sieht man eine Furchenbiene. Moment hier. Auf einer Kamille. Dann die Honigbiene. Da gibt es nur eine Art oder eigentlich Rassen mittlerweile. Dann Fliegen und Schwebfliegen. Das ist eine Schwebfliege in einer Blüte der Königskerze. Dann habe ich zwölf, nachweislich zwölf Schmetterlingsarten. Das ist ein Grünaderweißling. Dann in der nächsten Bildzeile ganz am Anfang. Das ist eine Faltenwespe. Das ist eine deutsche oder gemeine Wespe auf dem Berglauch. Auf dem nächsten Bild ist ein Marienkäfer. Der sitzt zwar auf einer Blüte. Das ist aber ein Räuber. Der frisst meine Blattläuse. Dann zwei Schnakenarten. Das ist eine Kammschnarke. Dann auf dem nächsten Foto ist eine Glasflügelwanze. Die ist noch nicht ausgewachsen. Insgesamt acht Wanzenarten. Dann ganz hinten die Ameise, die bei mir nachgewiesen ist. Die Ameisenart, die sitzt hier auch auf einer Blüte der wilden Möhre. Da sieht man, dass Ameisen auch die Blüten nutzen als Energiequelle. Dann in der nächsten Zeile, in der unteren, sieht man Heuschrecken. Drei Heuschreckenarten habe ich beobachten können. Das ist ein Nachtigallgrashöpfer. Auf dem nächsten Foto ist eine Zikade. Zikade, da waren zwei verschiedene Arten bisher auf dem Balkon, die ich gesehen und fotografiert habe. Das ist Ribau-Zwinker-Zikade. Dann auf dem nächsten Foto sieht man den gemeinen Ohrwurm. Den konnte ich da fotografieren, nachdem er sich frisch gehäutert hatte. Und dann kommen wir zu den Spinnen, zu den Achtbeinern. Es sind insgesamt, habe ich 18 verschiedene Spinnenarten bestimmen lassen. Das ist eine ganz kleine, circa 5 mm große Zebra-Springspinne. Und es waren sieben verschiedene Vogelarten bisher auf dem Balkon. Und man sieht einen Stieglitz auf dem Foto. Auf den komme ich später noch zurück. Die Stieglitze kommen jedes Jahr. Warum geht das jetzt nicht? Warum habe ich umgestellt von Garten-Center-Blumen auf Wildblumen? Was ist die Problematik da dran? Erstens mal, die Pflanzen sind meistens Exoten. Exoten heißt, sie kommen aus anderen Teilen dieser Erde. Zum Beispiel kommen die Geranien aus Südafrika. Und unsere Insekten können die Pflanzen aus anderen Teilen unserer Erde oft nicht nutzen. Weil zum Beispiel die Blütenformen so gebaut sind, dass sie nicht an den Nektar gelangen. Oder es gibt auch spezialisierte Insekten, die nur zum Beispiel Bienen, die den Pollen für ihren Nachwuchs brauchen, um die Brutzellen damit zu verproviantieren, sind oft spezialisiert. Da zeige ich gleich noch ein Beispiel. Und die können Pollen von diesen Pflanzen, die woanders herkommen, einfach nicht nutzen. Es gibt ein einziges Insekt, das Geranien bei uns nutzen kann. Das sind Taubenschwänzchen. Das ist ein Falter. Der hat einen fast 30 Millimeter langen Rüssel und der schafft es, den Nektar daraus zu saugen. Das zweite Problem der Gartencenter-Pflanzen ist, dass die oft gefüllte Blüten haben, wie die Rose. Also das sind lauter Fotos von meinem Balkon übrigens. Also ich habe alles falsch gemacht vorher, was man falsch machen kann. Um gefüllte Blüten zu erzeugen, werden in der Regel die Staubblätter einer Blüte umgezüchtert in Blütenblätter. Und die Staubblätter sind aber die Fortpflanzungsorgane der Blüte, also ein Teil der Fortpflanzungsorgane, die Pollen produzieren und von denen sich unsere Insekten ernähren. Ohne Staubblätter gibt es kein Pollen, also kein Futter für Bienen. Der zweite Nachteil ist, dass diese vielen Blütenblätter den Weg zum Nektar versperren, falls überhaupt noch Nektar produziert wird. Und Insekten, die versuchen dann an den Nektar zu kommen und nicht reinkommen, für die ist es oft eine Energieverschwendung. Also die verbrauchen Energie, die sie für sinnvolle Sachen verwenden könnten. Das dritte Problem an unseren Balkonpflanzen, also an den Balkonpflanzen aus dem Gartencenter, die nicht bio sind, ist, dass im konventionellen Gartenbau die Pflanzen oft unter einem sehr hohen Einsatz von Pestiziden erzeugt werden. Die Pflanzen werden oft mit ganzen Giftcocktails behandelt, damit die dann so makellos aussehen, wie sie uns im Handel präsentiert werden. Das ist ein bisschen so wie bei den Lebensmitteln. Und rechts sieht man das Titelbild einer Studie von Greenpeace zum Thema Gift im Garten von 2014. Und die findet man im Internet. Und da sieht man, also das ist eine Metastudie in vielen europäischen Ländern und wie viel Gift auf diesen Pflanzen dann zurückbleiben bleibt. Und wenn man die Pflanzen sich auf den Balkon holt, dann holt man sich das Gift mit auf den Balkon und das ist weder für Tiere noch für Menschen gesund. Ein kurzes Beispiel hier an dieser Stelle bei Greencity hat der Herr Dr. Fleischmann vom Botanischen Institut vor einem Jahr ungefähr gesagt, dass die Zwiebeln und Knollen von unserem Frühjahrsblühern so stark gebeizt sind mit Neonicotinoiden, dass der Nektar im ersten Jahr bienengefährlich ist. Also kaufen Sie nie wieder Krokus, Knollen und andere Zwiebeln aus dem konventionellen Handel am besten. Also diese Gartencenter-Pflanzen kann man zusammengefasst sagen, sind großblütig, bunt, blühen auch lange, weil sie oft so gezüchtet eben sind, dass sie nicht befruchtet werden können und dann nicht verblühen. Die sind absolut auf die Bedürfnisse des Menschen hin alleinig optimiert. Der ökologische Wert für unsere Insekten ist null. Sie können sich auch Plastikblumen auf den Balkon stellen. Also das hat den gleichen Wert für Insekten und so gelingt Artenvielfalt auf dem Balkon auf jeden Fall nicht. Warum sind die einheimischen Wildpflanzen so vom Vorteil? Da mache ich einen kleinen Exkurs. Es ist nicht so, dass nicht alle Exoten können nicht genutzt werden. Also es gibt auch Exoten, die genutzt werden können. Das sieht man ja auch zum Beispiel an invasiven Pflanzen wie dem drösigen Springkraut, das von Hummeln und Bienen für den Nektar genutzt wird. Aber mit einheimischen Wildpflanzen werden sie mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit für viel mehr Insekten ein Nahrungsangebot auf ihrem Balkon machen können. Woher kommt das? Das kommt daher, dass es gibt Blühpflanzen und Bienen gibt es seit mehr als 100 Jahren. Also man schätzt so zwischen 100 und 140 Millionen Jahren auf unserer Erde. Und die haben sich dann einfach zusammen entwickelt. Und das heißt im Fach Jargon Co-Evolution. Und in dieser Entwicklung haben die sich gegenseitig angepasst und passen zusammen nach so einem Schlüssel-Schloss-Prinzip. Und das sind einfach ganz eingespielte Partnerschaften. Es haben sich Nahrungsketten etabliert. Also nicht nur bei den Bienen, sondern einfach überall in den Ökosystemen. Und ich nehme jetzt als Beispiel mal die Wildbienen. Wildbienen fliegen, also jede Art von unseren ungefähr 560 Wildbienen fliegt nur ein paar Wochen im Jahr. Manche haben zwei Generationen, manche nur eine Generation. Und die Blüte, Blüte, Blüte der Pflanzen und die Flugzeit der Bienen, die aufeinander angepasst sind, die sind synchronisiert. Und auch die Blütenformen der Blüten und die als Nahrungswelle, Quelle genutzt werden. Und auch der Körperbau der Bienen ist jeweils aneinander angepasst. Also ein Beispiel, zum Beispiel die Erreichbarkeit des Nektars. Ja, es gibt Pflanzen, da ist der Nektar sehr tief verborgen. Da kommen nur langrüsselige Bienen rein. Und wenn die jetzt fliegen würden, nachdem die Pflanze geblüht hat, würde das nicht viel Sinn machen. Also so auf die Kurzform gebracht. Und es gibt zum Beispiel bei den Bienen, Wildbienen, gibt es welche, die haben nur einen 1,1 Millimeter langen Rüssel. Das sind die Maskenbienen. Und dann gibt es welche, die haben einen 20 Millimeter langen Rüssel, wie zum Beispiel die Frühlingspelzbienen, die vielleicht sogar jetzt noch unterwegs sind. Und eine Maskenbiene würde niemals zum Beispiel in ein Lungenkraut hineinkommen, das vor allem von der Frühlingspelzbiene genutzt wird. Da ist einfach der Nektar so tief verborgen. Ich habe jetzt noch ein Beispiel mitgebracht für eine sehr starke Spezialisierung im Laufe der Ko-Evolution bei den Bienen. Und zwar ist das eine Glockenblumenscherenbiene von meinem Balkon im Anflug auf eine rundblättrige Glockenblume. Die Glockenblumenscherenbienen fliegen von Mitte Juni bis Ende August. Und das ist so eine von den ersten Glockenblumen, die bei mir aufblüht. Und die blüht so Mitte Juni auf. Also das ist total aufeinander abgestimmt. Und das Foto ist vom 17. Juni zum Beispiel. Und diese Glockenblumenscherenbienen, die sind eben auf Glockenblumen spezialisiert, der Gattung Campanula oder auf eng verwandte Pflanzenarten. Und der Fachbegriff ist oligolektisch. Das muss man sich jetzt nicht merken. Aber das bedeutet, also diese enge Spezialisierung, diese Biene würde für ihren Nachwuchs, also der Pollen, die sind spezialisiert, das muss ich noch sagen, nur beim Pollen, nicht beim Nektar. Also die Wildbienen sind spezialisiert beim Pollen, den sie ernten und als Nahrung für ihre Bienenkinder, für die Larven eintragen. Und spezialisiert heißt, diese Biene würde, auch wenn andere Arten von Pflanzen mit Pollenquellen da wären, ich sage mal Löwenzahn oder ein Ochsenauge, also Korbblütler, die würden die Pollen nicht nehmen. Die nehmen nur Pollen von Glockenblumen. Das heißt, keine Glockenblumen, keine Glockenblumenscherenbienen mehr. Und da hilft einem halt so ein Exot auf, also eine exotische Pflanze auch nichts. Also es müssen einfach die Pflanzen angeboten werden, die unsere einheimischen Tiere halt brauchen. Ein zweites Beispiel, wie die Pflanzen genutzt werden auf dem Balkon, ist auch ein Nahrungsangebot für Vögel. Und zwar unsere einheimischen Wildpflanzen, wenn die eben nicht so verzüchtet sind, dann kann man die ganz normal ausblühen lassen, die fruchten dann auch und bilden Samen. Und die können dann von den Vögeln gefressen werden. Und ich habe zwei Stammgäste jedes Jahr. Die Stieglitze lieben die Kornblumensamen und die Grünfinken lieben die Natternkopfsamen. Und die kommen jedes Jahr von Juni bis Anfang August so zwei bis dreimal am Tag. Wenn Sie jetzt vielleicht ein bisschen Lust bekommen haben, dass es bei Ihnen auch summt und brummt und piepst, dann möchte ich jetzt für Einsteiger und Umsteiger, also anscheinend gibt es, haben da schon viele Erfahrungen. Ich hoffe, die Tipps nützen jetzt trotzdem was. Also mein Tipp ist, wenn Sie es ganz unkompliziert haben wollen, nehmen Sie Stauden. Stauden sind eben, wie ich schon gesagt habe, dauerhaft mehrjährige Pflanzen. Die müssen Sie einmal pflanzen und die bleiben dann einfach ein paar Jahre im Topf. Ich habe Pflanzen, die habe ich seit 2015 zum Beispiel. Sie können ohne Vorgärtenkenntnisse als Gärtnern anfangen. Sie kriegen diese Pflanzen einpflanzfertig vom Staudengärtner in so kleinen Töpfchen. Und Sie können auch das ganze Jahr Stauden pflanzen, vom März bis September. Wenn Sie jetzt sagen, ah ja, interessiert mich, aber ich habe erst im Juni Urlaub und kann mich im Juni darum kümmern. Sie können auch im Juni anfangen, im Juli, wann immer Sie Zeit haben. Und diese Pflanzen sind dann sehr pflegeleicht. Man muss die nur regelmäßig gießen und dann noch ein bis zweimal im Jahr düngen. Und mehr muss man nicht machen. Ich habe ja gesagt, beim Balkon, da habe ich ein Blütenangebot von März bis Oktober mit verschiedenen Pflanzen. Ich zeige Ihnen jetzt pro Monat in unserer Vegetationszeit ein Beispiel an Stauden. Also Sie können allein mit Stauden ein ganzjähriges Blütenangebot schaffen. Es fängt an, hier links oben, mit Lungenkraut, geflecktes Lungenkraut. Das fängt an im März zu blühen. Auf dem nächsten, der ist sehr beliebt in der Natur draußen bei den Hummelköniginnen, die im März aus der Erde kriechen. Dann auf dem nächsten Foto sieht man eine gehörnte Mauerbiene am Frühlingsfingerkraut. Dann links unten ist eine Sorte der Alpenaster, Pinky. Die hat sehr attraktive rosane Blüten. Wird auch gern im Frühjahr bei mir angeflogen. Auf dem nächsten Bild sieht man eine Ackerglockenblumeblüte mit einer Hummel, die da reinkriegen möchte. Dann geht es weiter mit im Juli, fängt an die echte Bergminze zu blühen. Da ist auch eine Hummel dran. Die blüht bis Oktober, November. Die kann ich sehr empfehlen. Auf dem nächsten Bild sieht man Berglauch. Der Berglauch blüht im August. Da ist jetzt mal ein Tagpfauenauge drauf. Schmetterlinge sind nicht so häufig Gäste. Auf dem Balkon kommen aber auch manchmal. Dann auf dem unteren Foto links. Das ist eine Sedumart. Das ist die hohe Fetthenne. Da ist eine Blumenfliege drauf. Also die heißen so. Und rechts unten. Das ist jetzt mal keine einheimische Art. Das ist die Pyrenäen Aster Lutetia. Und die habe ich deswegen ausgewählt, weil die sich bei mir auf dem Balkon oder für den Balkon sehr bewährt hat. Die blüht wahnsinnig lange. Von August auch bis Oktober ungefähr. Fast bis in November hinein. Und ich habe auch einheimische Asterenarten auf dem Balkon. Die Goldhaar Aster und die Kalk Aster. Und die Goldhaar Aster, die wird, wenn die neben der Lutetia steht, einfach nicht angeflogen. Also die Lutetia scheint da irgendwie ergiebiger zu sein. Die Pyrenäen Aster und die Kalk Aster blüht nicht so lange. Also wenn man eben wenig Platz hat, ist das eine sehr gute naturnahe Balkon Aster und wertvoller Spätblüher. So, und bevor wir jetzt zur nächsten Folie kommen, machen wir nochmal eine kleine Umfrage bei Ihnen. Und ich übergebe wieder an die Caro. Genau, ich starte nochmal eine Umfrage. Und zwar geht es diesmal einfach noch darum, ob ihr einen Balkon habt, beziehungsweise wenn ja, welche Ausrichtung der hat. Das wird, glaube ich, die Katharina einfach mal noch interessieren, weil das ja doch dann sehr unterschiedlich ist, was man da so anpflanzen kann. Seht ihr die Ergebnisse eigentlich, Katharina? Ja, ich sehe es. Super. Ich schraube es mir schnell auf. Genau, gerade wird noch abgestimmt. Ja, Südbalkon liegt vorne. Naja, jetzt hat auf jeden Fall schon ein großer Abgestimmt. Also Norden ein paar wenige, acht Leute. Und ungefähr gleich oft Osten und Westen, jeweils so 25. Und der Süden, der ist mit 46 Teilnehmern und Teilnehmerinnen vorne. Und ein paar Leute haben auch keinen Balkon. Genau, dann beende ich mal die Umfrage wieder, dann kannst du wieder weitermachen. Mhm. Kann ich, wie kann ich, wie kann ich denn die zumachen, kann ich, ich kann das Pop-up, nee, ich sehe es immer noch, das Pop-up. Ah, okay, dann, jetzt müsste es weg sein, wenn ich blätter, nee, bei mir ist es noch auf dem Bildschirm. Eigentlich müsste es oben rechts mit dem Kreuz. Jetzt ist es zu, okay, das war bei mir verdeckt von der Bildleiste. Okay, also die gute Nachricht für die, dass die Hälfte ungefähr hat einen sonnigen Balkon. Es gibt natürlich am allermeisten Auswahl an Stauden für sonnige Balkone. Ich habe jetzt hier vier Beispiele nur mitgebracht. Also es gibt wirklich viele, viele, viele Stauden an Größen, an Farben, an Blütenformen. Es gibt eine riesengroße Auswahl an Stauden, die im Balkon gedeihen, im Kasten und im Kübel. Und das sind jetzt mal vier Beispiele von meinem Balkon. Links oben eine sehr wertvolle Pflanze, die Wiesenflockenblume. Da ist eine Wildbiene drin, das erkenne ich jetzt nicht auf dem Foto, wer das ist. Dann auf dem nächsten Bild sieht man die gelbe Skabiose. Die ist sehr trockenheitsverträglich und sehr langblühend. Und ich habe eine Pflanze, ich habe ungefähr vier gelbe Skabiosen. Die sind auch so ein bisschen unterschiedlich, weil die genetische Vielfalt bei den Wildpflanzen noch gegeben ist. Da sind die Individuen auch manchmal unterschiedlich. Und eine habe ich, die blüht jetzt vom Mai bis Oktober auch durch. Und da sieht man ein Taubenschwänzchen dran. Das ist das Insekt, der Falter, der auch in die Geranien reinkommt. Da sieht man den langen Rüssel. Auf dem nächsten Foto sieht man die estige Graslilie mit einer Hummel im Anflug. Die estige Graslilie wächst ganz großflächig in der Allacher Heide. Und das ist wunderschön. Und da würde ich jedem mal empfehlen, einen Ausflug hinzumachen, wenn die blüht. Und auf dem nächsten Bild sieht man den gewöhnlichen Hornklee. Auch eine Pflanze, die von sehr vielen einheimischen Wildbienen genutzt wird. Und auf dem Foto sieht man die weißfleckige Wollbiene. Die habe ich tatsächlich nur einmal gesehen und fotografiert, mit dem Foto erwischt. Jetzt Beispiele für halbschattige Balkone. Also die Ost- und Westbalkonler, die müssen einfach gucken. Also da gibt es ja unterschiedliche Standorte. Also bei manchen, die haben doch noch mehr Sonne, manche weniger. Man kann, wenn man doch so sechs, vier bis sechs Stunden an Sonne zusammenbringt, kann man Pflanzen nehmen, die für sonnig bis halbschattig gehen. Wenn es eher Richtung nur vier Stunden Sonne am Tag geht, sollte man eher gehen von halbschattig bis schattig. Aber ich habe, also ich kenne mehrere Personen, die haben einen Westbalkon und die haben auch, die probieren das immer aus. Es gibt auch Pflanzen, die gut zurechtkommen, wenn sie nicht die idealen Standortbedingungen haben. Da muss man ein bisschen an seinem eigenen Standort experimentieren. Man kann aber nicht komplett gegen, also man kann nicht Pflanzen, die vollsonnig mögen, also mit drei Stunden Sonnenlicht werden die nicht viele Blüten machen. Das sind jetzt vier Pflanzen, die im Halbschatten Blüten bilden. Die sind bei mir an einem halbschattigen Standort. Und zwar ist das links oben die Frühlingsblatt-Erbse, die blüht im April. Das ist ein total tolles Pink. Dann die nächste Pflanze ist eine große Sternmere. Auf dem nächsten Bild sieht man die Waldwitwerblume, die blüht dann ab Juni. Da habe ich zwei Pflanzen in einem Topf. Das sind dann immer ungefähr 60 bis 80 Blüten, die sehr stark besucht werden. Und rechts unten, das ist Mauerzimbelkraut. Das ist eine Pflanze, die so filigrane Vorhänge bildet und hängt. Und da ist eine gehörende Mauerbiene zu sehen. Für die Menschen, die jetzt zuhören, die einen Nordbalkon haben. Es gibt Nordbalkone, die sind hell, obwohl keine Sonne direkt drauf scheint. Also wenn genügend Licht da ist, kann man das mit diesen halbschattigen Pflanzen auf jeden Fall mal probieren. Wenn die auch noch so richtig im Vollschatten liegen, dann gibt es auch Pflanzen. Schöne. Also ich habe zum Beispiel auch an einem vollschattigen Standort jetzt im Test seit drei Jahren ein Farn. Aber Farn macht halt keine Blüten. Also den Insekten kann man an dem Standort wahrscheinlich nicht so viel Gutes tun. Also im absoluten Vollschatten wird es schwierig mit Blüten. Aber es gibt Pflanzen, die auch im Schatten gedeihen. Also das sind auch vor allem welche, die zum Beispiel im Wald auf dem Boden wachsen und wo durch das Laub nicht so viel Licht durchkommt. So, die gute Nachricht war, es gibt eine riesengroße Auswahl, also auch für Ost- und Westbalkone. Wo kann man diese Pflanzen kaufen? Das ist jetzt eine eher schlechte Nachricht. Die Pflanzen kann man nicht überall ganz einfach erwerben. Noch nicht, hoffe ich. Also da gibt es gerade ein Projekt, das sich darum kümmert. Eben dieses 1000 Gärten, 1000 Arten Projekt. Aber aktuell ist es so, dass es unsere einheimischen Wildpflanzen nur in sehr spezialisierten Gärtnereien zu kaufen gibt. In dem Fall gebe ich jetzt Tipps, wo man die Stauden kaufen kann. Und zwar gibt es eine Kooperation zwischen dem Naturgartenverein und Bioland seit 2009. Und diese Kooperation, die zertifiziert zweimal. Das sind dann Fachbetriebe für Naturnahes Grün, die praktisch nach Bioland-Richtlinien Pflanzen produzieren. Und der Naturgartenverein, wer den nicht kennt, der hat das Ziel, die Artenvielfalt im Siedlungsbereich zu erhöhen mit naturnaher Bepflanzung. Und ich bin da auch Mitglied. Es gibt in München eine Regiogruppe, wenn das interessiert. Und ich betrachte meinen Balkon zum Beispiel als Kleinstnaturgarten. Das ist halt ein Topfgarten. Wo finden Sie diese Betriebe? Die Betriebe können Sie auf der Webseite vom Naturgartenverein unter naturgarten.org finden. Und zwar unter dem Navigationspunkt Mitgliedsbetriebe hier oben. Und dann nochmal gibt es einen Unterpunkt Fachbetriebe. Also nicht alle Mitgliedsbetriebe sind Fachbetriebe. Sie müssen auf die Fachbetriebe gehen. Und da kann man deutschlandweit Betriebe selektieren, nach Postleitzahlen suchen und einen Betrieb in der Nähe aussuchen. Weil es nur so wenige von diesen naturnahen Fachbetriebe für naturnahes Grün gibt, haben die meisten Online-Shops mit Suchfunktionen. Da können Sie Pflanzen nach Blühmonat, nach Höhe, nach Nährstoffbedarf selektieren und übers Internet bestellen. Die kommen im Paket und die halten das sehr gut aus. Ich habe auch schon ganz oft Pflanzen per Post bestellt und bekommen. Man packt die dann aus, stellt die gleich ans Licht, gießt die fleißig an. Und nach zwei Tagen, die sind am Anfang manchmal so ein bisschen zertatscht, aber nach zwei Tagen schauen die wieder super aus und kann man dann einpflanzen. Für Münchner gibt es noch eine gute Nachricht. So ungefähr 75 Kilometer südlich von München ist die nächste Staudengärtnerei für naturnahes Grün. Das ist die Staudengärtnerei Spatz und Frank. Und also für alle Empfehlungen, die ich jetzt und im Folgenden noch aussprechen werde, bekomme ich nirgends eine Provision oder die wissen das gar nicht, dass ich die empfehle. Ich mache das einfach, weil das zu wenig bekannt ist und gebe hier meine Erfahrungen weiter, damit sie sich nicht so lange durchsuchen müssen. Und das ist in Kreilhof, das ist in der Nähe von Weilheim und da kann man mit dem Zug leider nicht direkt hinfahren. Da kommt man nur bis Hugelfing und dann sind es noch acht Kilometer. Also wenn man selbst hinfahren will und die Gärtnerei besuchen möchte, dann sind es ungefähr 75 Kilometer im Auto direkt eigentlich nach Süden. Und mein zweiter Tipp ist, diese Naturgartenfachbetriebe stellen Balkonpflanzpakete zusammen und zwar für verschiedene Standorte. Also auch für sonnige Standorte und halbschattige Standorte. Und ich habe jetzt einfach ein paar Stichproben gemacht, also von Spatz und Frank, da weiß ich es. Da habe ich selber eben schon welche gekauft und eben auch zum Testen gekauft, um es auszuprobieren. Dann habe ich noch welche gefunden bei der Gärtnerei Hof Berggarten und auch bei der Gärtnerei Strickler. Das sind alles diese zertifizierten Fachbetriebe. Und das Interessante ist, dass diese Gärtner, die unterschiedlichen Staudengärtner, haben die Pakete für gleiche Standorte auf ganz unterschiedliche Pflanzen zusammengestellt. Also je nach persönlichen Geschmack des Gärtners offensichtlich. Und da kann man auch einfach rumgucken, was einem da am sympathischsten ist. Wenn man sagt, ja Gott, ich will nicht gleich einen ganzen Meter Kasten bepflanzen, kann man sich auch eine Pflanze aussuchen und die einzeln bestellen oder kaufen. Das geht auch. Und der große Vorteil ist, wenn man jetzt das Paket aber nimmt, weil man sagt, ja, ich probiere mal mit einem Kasten, dass diese Pflanzen mit sehr viel Erfahrung und gärtnerischen Fachkenntnissen zusammengestellt sind sind bei den Sachen, wo man darauf achten muss. Das ist also einmal der Lichtbedarf. Das ist das, worauf ich anfangs eingegangen bin. Also dass man gucken muss, habe ich jetzt eher einen sonnigen oder einen halbschattigen bis schattigen Balkon. Aber auch vom Wasserbedarf, vom Nährstoffbedarf und wichtig auch von der Wüchsigkeit. Es gibt Pflanzen, die andere einfach über den Haufen wachsen. Da habe ich am Anfang so meine Erfahrung gemacht und die habe ich dann also so kurz bevor sie dann untergegangen sind, schnell noch gerettet im Topf. Und das alles erspart man sich anfangs mal. Wenn man sagt, ich will sie jetzt mal ausprobieren, kann man einfach da auf das Pflanzpaket zurückgreifen. So, jetzt haben Sie dann die Pflanzen zu Hause und möchten anfangen. Dann braucht man noch die richtige Erde dazu. Da möchte ich, was ist richtig? Also da möchte ich zwei Punkte ansprechen. Das Allerwichtigste ist, kaufen Sie keine Erde, in der Torf enthalten ist. Und zwar auch nicht torfreduziert. Torf ist für Naturgärtner absolut tabu. Beim Torfabbau werden wertvolle und einzigartige Lebensräume zerstört. In Deutschland haben wir schon fast keine mehr. Und jetzt wird der Torf von woanders her in Europa geholt. Jetzt machen wir für unsere Geranien praktisch dort die Moore noch kaputt. Und gleichzeitig wird beim Moorabbau sehr viel CO2 freigesetzt. Moore sind sehr wertvolle CO2-Speicher. Also kaufen Sie bitte Erde, die torfrei ist. Das Zweite ist, kaufen Sie am besten Bio-Erde. Bio ist bei Erden nicht geschützt als Begriff wie bei Lebensmitteln. Man muss drauf schauen, auf den Sack, ob irgendwo steht, dass sie zugelassen sind für den biologischen Landbau. Es gibt auch bei zugelassenen Bio-Erden-Siegel, mit denen möchte ich Sie jetzt nicht belasten, um es zu kompliziert zu machen. Da gibt es unterschiedliche Kriterien, wie das bei den Lebensmitteln dann auch ist, also was dann genau dieser Erdenhersteller einhalten muss. Sie können aber davon ausgehen, dass alle diese Bio-Erden einen organischen Dünger drin haben und keinen Kunstdünger, also keinen chemisch-synthetisch hergestellten Mineraldünger. Organischer Dünger ist sehr wichtig für die Pflanzen. Erstmal nährt der die Erde und nicht das Bodenleben auch. Und das ist wichtig, vor allem auch auf dem Balkon, weil wir da halt nicht verbunden sind mit dem natürlichen Boden. Und zweitens werden die Nährstoffe ganz langsam und gleichmäßig abgegeben, sodass die Wurzeln länger was haben und die Pflanzen über die Wurzeln aufnehmen können. Und das ist vor allem bei Rennstauden auf dem Balkon, wenn die ein paar Jahre im Topf sind, auch sehr wichtig. Was man auch wissen muss, torffreie Erden sind nicht automatisch bio und Bio-Erden sind nicht automatisch torffrei. Da muss man auch den Sack umdrehen und muss man sorgfältig die Zutatenliste oder die Auslobung dieser Erde betrachten. Ich empfehle Ihnen jetzt zwei Erden, mit denen ich persönlich gute Erfahrungen gemacht habe. Und zwar einmal die Öko-Hum-Universal-Erde. Das ist die hier, die Orange. Die gibt es in München in sehr vielen Bio-Supermärkten zu kaufen. Und das Gute an dieser Erde ist, dass es die in verschiedenen Größen gibt und unter anderem auch in 7,5 Liter. Das ist die hintere und in 15 Liter. Und die kann man auch auf dem Fahrradkörbchen noch transportieren in der Stadt, was ja wichtig ist. Die Erde wurde mir von meiner Staudengärtnerin empfohlen, dass die besonders strukturstabil ist, also für so eine normale Pflanzerde. Das bedeutet, dass die sich nicht so stark oder so schnell so stark verdichtet, wenn die organischen Bestandteile zersetzt werden und somit immer noch durchlässig bleibt und auch Luft an die Wurzeln hinkommt, was wichtig ist. Okay, die zweite Erde, die ich empfehle, das ist die Münchner Bio-Erde. Die wird von den Münchner Abfallwerken produziert. Da ist der Nachteil, dass es die nur im 45-Liter-Sack gibt. Die gibt es an den Wertstoffhöfen, also die läuft unter Münchner Erden unter der Marke. Aber mit dem 45-Liter-Sack wird es auf dem Fahrrad ein bisschen schwierig, außer man hat ein Lastenfahrrad. Der Vorteil dieser Erde ist, sie tun was für die lokale Kreislaufwirtschaft. Die werben auch damit, dass ihr Apfelputzen sozusagen dann wieder als Erde zu ihnen zurückkommt, indem sie neue Sachen drin pflanzen können. Ein Tipp noch, dadurch, dass die Pflanzen, die Stauden so lange im Topf bleiben, ist es sehr wichtig, dass die Erde durchlässig bleibt, strukturstabil bleibt, dass es keine Staunässe entsteht. Und da gibt es von den Gärtnern einen Tipp als Allround-Erdenrezept. Mischen Sie zwei Drittel von dieser torfreien Bio-Pflanzerde mit einem Drittel Sand. Wenn möglich mit lehmigem Sand. Lehmiger Sand ist Sand, der nicht gewaschen wurde. Die lehmigen Anteile, da halten die Nährstoffe noch besser. Den kann man kaufen zum Beispiel in der Bodenbörse München West, also in einem Erdenwerk. Da holen ich immer, auch mit dem Auto, die ist sehr schwer. Und der kostet aber ein ganz großer Sack nur drei Euro. Die andere Möglichkeit ist, Spielsand zu nehmen. Den gibt es abgesackt im Baumarkt. Also ist einfacher, erhältlich. Da müssen Sie nur drauf, das geht auch. Also das sagen die Gärtner, Spielsand geht auch. Und da müssen Sie nur darauf achten, dass der TÜV geprüft ist. Das steht drauf. Und schadstofffrei. Ich habe da Verzeichnisse im Internet gefunden, wo die getestet wurden. Diesen Sack, den Sie da sehen, den habe ich fotografiert beim Kindergarten des Bayerischen Rundfunks, den es hier im Viertel gibt, im Arnulf Park. Und ich habe das jetzt nachgeschaut. Also der stand da bei denen vor der Tür. Da habe ich mir gedacht, ah, den fotografiere ich, brauche ich mal für so einen Vortrag. Und der schneidert sehr gut ab, habe ich gesehen, bei den Tests und beim TÜV. Aber ich habe keine Erfahrung mit Spielsand. Also ich mache das mit dem lehmigen Sand und Öko-Hom-Erde oder der Münchner Bio-Erde. Und das funktioniert sehr gut. Okay, wenn Sie jetzt sagen, ja, das interessiert mich, das möchte ich machen. Ich habe also jetzt ein bisschen was erzählt, wie man starten kann. Aber wenn Sie sich noch weiter informieren wollen, dann möchte ich Ihnen das Wildpflanzentopfbuch von Reinhard Witt empfehlen. Und das schaue ich auch jede Woche rein, immer noch. Der Reinhard Witt hat den Naturgartenverein gegründet. Und in dem Buch stecken 25 Jahre Erfahrung auch mit dem Gärtnern von, also mit dem Wildpflanzengärtnern in Töpfen. Seit 2017 ist mein Balkon auch als Beispiel mit drin. Er sucht immer Beispiele in ganz Deutschland, weil es halt noch nicht so verbreitet ist. Und das kostet ungefähr 25 Euro. Und es ist ein wahnsinnig informativer Sachbuch, dass Sie, wenn Sie vorhaben, das länger zu machen, das wird Sie begleiten. Da sind Pflanzlisten drin. Das sind die ganzen, wenn Sie was Neues ausprobieren wollen, da steht bei den Pflanzen zu allen Kriterien, die ich gerade genannt habe, Wüchsigkeit, Höhe, Blühzeit, haben Sie da ergiebige Listen für Sumpfpflanzen, für Trockenstandorte. Also so ein wirklich schönes Ratgeberbuch. Wenn Sie kein Buch kaufen wollen, gleich, ich will erst mal so rumprobieren, das ist mir eine zu große Investition, dann empfehle ich Ihnen meine Website, das Online-Magazin für insektenfreundliche Naturbalkone. Da teile ich meine Erfahrungen und Empfehlungen mit, was bei mir eben gut funktioniert hat oder nicht funktioniert hat. Und es gibt einen kompakten Ratgeberteil, wo eben zum Gießen, zum Düngen, zur Erde, zum Pflanzenkauf, wo Sie da kompakt alles zusammengefasst finden. Oh, jetzt sehe ich, ich habe schon viel überzogen, jetzt mache ich das ganz schnell. Ich möchte Sie entlassen mit dem Gefühl, dass es Sinn macht, wenn Sie anfangen und mit der Botschaft, dass jeder Blumentopf zählt. Und zwar ist es so, dass diese Wildbienen einen enormen Bedarf an Pollen haben für die Brutzellen, also für ihren Nachwuchs. Und ich habe jetzt hier ein Beispiel, das ist eine Biene, die relativ wenig noch Blüten sozusagen braucht, die sie beerntet. Also das schwankt zwischen zwei Blüten und 2800 Blüten, je nach Bienenart, was die am Pollen brauchen, nur für eine Bienenlarve. Und hier ein Beispiel von meinem Balkon, da habe ich zufällig in verschiedenen Studien und Büchern die Zahlen dazu zusammensuchen können. Und zwar, das ist eine gewöhnliche Löcherbiene, die lebt ungefähr vier Wochen und in den vier Wochen macht die ungefähr acht Brutzellen. Und pro Brutzelle braucht die ungefähr 1,5 Blüten von dem Ochsenauge, von dem weidenblättrigen Ochsenauge. Das ist eine Pflanze, die Sie hier oben sehen, das ist eine einzige. Und hier unten sieht man die Biene auf einer Pflanze, wie sie gerade Pollen sammelt. Und hier fliegt sie zurück, die wohnt bei mir in der Nisthilfe und trägt den Pollen ein. Und hier verschließt sie das Röhrchen dann außen. Um den Nachwuchs von einer Biene praktisch abzudecken, hätte jetzt diese Pflanze gereicht. Die braucht, also das sind ja alles Durchschnittsmengen. Diese Pflanze hat 15 Blüten gemacht, 14 braucht die Biene ungefähr. Das heißt, mit meiner einzigen Pflanze habe ich das Essen vom Nachwuchs von einer Biene sichergestellt. Und das, finde ich, gibt einem ein schönes Gefühl, wenn man das macht. Und damit danke ich für Ihre Aufmerksamkeit und gebe zurück an Green City.